Vor 260 Jahren, Kolomenskoye, bei Moskau, 5. Januar 1762, Peter III. tritt Nachfolge von Zarin Elisabeth an. Peter III. ist der Sohn einer Tochter von Peter I. und folgt der kinderlosen Zarin Elisabeth auf den Thron. Peters Vater stammt aus dem Hause Schleswig-Holstein-Gotthoff. Als großer Verehrer von Friedrich II. beendet der neue Zar den Krieg mit Preußen. Damit ist die drohende Niederlage der Preußen abgewendet. Der neue Zar kommt wahrscheinlich durch Mords, während eines von Grigori Orlov inszenierten Putsches bereits im Juli 1862 ums Leben. Grigori Orlov war nicht nur Anführer der Garderegimenter, sondern auch der Geliebte von Katharina, der Frau des Zaren, welche Peter als Katharina II. auf den Thron folgte.